Ich weiß nicht, wo ist meine Bildqualität extrem HD? Es ist ja kein Wunder, dass das bei mir so geklärt. Okay, ich bin voll schön nebenan. Wo ist die? Abo Shit Man! Nicht sterben? Kein Glück heute, ey. Der Hecke finde ich, kein Bock mehr, ne? Rape ist neu, äh... Chiprape? Oh, die ist bei mir oben. Ich komme sofort, ich finde ich, brother. Der Hecke ist jetzt aktiv. Du musst doch irgendwo ein Test rein darum kümmern. Wir hatten die... Wir hatten die Tage... Da war ein großer... Da hat dann einmal groß geregnet, ne? Aber der Knall, den das... hinterlassen hat. Also das war insane, ey. Wirklich, BAM! Voll Knall! Beide Kinder direkt aufrecht im Bett anstehen. Das war... Richtig krass, ey. Aber nur ein... Ein Knall! Dann war Funkstille. Aber ja... Aber... Ist ja mittlerweile meistens so, ne? Wenn das heißt, so... Jo... Die Wetter und Wetter waren... Kannst einmal kräftig regen und dann ist eigentlich nichts da. Aber... Das ist alles... Ich glaube weil es ist... Das ist alles... Ich verbreite... Nichts schon, bitte. Schön. Warte mal, komm komm an. Der da hat sich nur Worte bei mir. Wunderbar... A Mann, Nate... Bei dir ist jemand, ich habe einen gekillt. gerade wenn auch alles gut auf einmal jetzt gerade garan und 200 km wind hier ich würde keine empfehlen das moped weg zu tun mit dem weiblich gewonnen ohne witz dafür so ein running gate nachdem das er gerade ausgelöst hat denn ich bin Angst was das du liegst nur noch so in den Hintergrund ey Selin ich komm zu euch in den Händen gibt es einen Alert der heißt dann ey Selin habt ihr dich schon wieder gekillt oder was komm ich wieder zu spät das denn äh hast du schon wieder alle gekillt oder was ich und alle gekillt, ich hab zwei Kills wir wollen ja gar keine Gegend was mit los ne alter noch ohne Kraven cool wir haben seinen Namen gelesen und dachten sich ohne einen pass auf diejenigen die wir gerade eben hier hatten ne die dachten sich auch ah nun ist es dabei easy gunfight den nehmen wir aber mit schlafen ne n n n wir haben im Brenner was für eine Teilung ist das? Ich bin schon bei Gott da draußen gewählt worden Oh, das ist ein Gegenkommen Nein! Ein Schuss für Minus Das ist richtig Tut mir weh, vertraue mir Tut mir weh Er tut mir weh Wieso haben Bots mit Elster so einen Laser, verstehen Sie? Ah ok, ich glaube ich habe gar kein Bot Wenn ihr die gelbe Modition findet, sagt mir Bescheid Bro, die sind beide tot Ja, ich weiß Links von dir zu dem Sender gehen oder rechts von dir da vorne Ich muss selber euch eines haben wir Meine Karte ist von eingesammelt Achso, ich wollte schon mal Ich gehe erst den Sender Ah, Digga, aber das war ja jetzt irgendwie komplett dumm Ich habe auch Sender in der Karte einiges gemacht Öp Ich habe keine Bot Ich habe keine Bot Öp Ähm Ich glaube ich gehe noch mal kurz zurück zu Kapiton Ich bin mir nicht sicher, ich kann mal Ich muss nach der Runde auch hier auf, weil ich habe ein COD schon hier Ich habe kein Bet crud Die mit Hilfe Na was? In welchem Team denn? Hinter dir ist ein Octane Wie welches Team? In welchem Team? In der Klant Team Ja, wie heißt? Der Team... Kramer und ich weiß nicht mal um eine sekunde zu spät gekommen ist auch auf ps4 oder pc dasselbe t12 ist drei guter schlecht du hast die 30 zweit höchste ja komm wie lasert er mich denn jetzt bitte weg wo wissen du keine waffe oder was ich mache wir stehen da zu zweit ein feld und ein bloodhound wie man einfach direkt schon sieht wie er über der übelste schützer ist bis zum nächsten mal und hier Das will ich jetzt von mir wegziehen damit du zu mir kommst. Pass auf, da steht noch einer in der Straße unter dir. Ich glaube, du schaffst es aber nicht mehr. Mit so einem Movement hat er noch eine halbe Stunde Zeit gehabt. Guck mal dann. Warte. Wie die sich einfach nicht bemerkt haben, ne? Kannst du mal pingen? Ich kann ja nicht, glaube ich. Warte. Ich glaube da... Wieso wackelten hier denn alles? Was, Chase? Was für ein Visier? Hilfe. Was? Nein! Falscher Rupp! Du weg. Danke. Ja, Junge. Ich habe auch keine... Nichts zum Nachladen. Ich habe nichts zum Nachladen. Ich habe nichts zum Nachladen gemacht, aber ich habe nur geingehen. Отk��? Es stehen. das war sogar ehrlich gesagt schlecht ich habe gesagt warum hier alles wackelt was ist da draußen los wind auch was ein gegner bei der gerade jemanden gesehen wenn da jetzt keiner ist dann gucke ich mir den stream noch mal an und sende ich dir den clip also die stream wieder ich habe einen kurven Ich habe nicht mein Skin, ich habe nicht mein Skin, ich habe nicht mein Skin. Der da? Ja, der weg. Der Skin ist kein Pay-to-Win, sondern Pay-to-Skin. Der Skin hat nicht mehr viel gekostet, ich glaube 80 Euro oder so. 90 Euro oder so. Darf ich mal sagen, wie alt du bist? Ja. 20. Ja. Oh, oh, das sind die. Ja, Rückspulen ist dumm, Bro. Guck mal, wie er steht. Ja, aber cool, dass dein Mates sich alleine lassen. Äh, wohin bist du? Wie ich finde die Fingerspurze? Vier. Hm. Heftige Sache, Dig, einfach. Ja. Movement. Schlechteste Camper, den ich hier gesehen habe. Oh, yo. Der rumwackelt und trotzdem noch ein 112er raus. So. Kennst du das? Ja. Wir haben auch nicht viele. Aber er hat er eben zum Frühstück. Hey, Marvel hat angerufen, wir wollen AIM zurück. Thank you. Lass meine Craver wieder. Aber nur mit neuen Nachlade und mit zwei Magazinen. Die hat er allgemein nur 15. Ja, boah. Das reicht für, weiß Gott. Ja, mit Hector. Awa. Sechs Spieler, neun Schüsse, easy. Einfach gelöscht. Den gab's nie. Ja. Ich dachte jetzt für einen Moment, er will einen 360 machen. Für mich hat er sich so ständig gedreht. Ja, ist klar. Er macht den 360, Alter. GG, einfach GG. Ja, ich muss den jetzt auf einer sieben Minuten ins Lobby aufnehmen. Juhu. Juhu.